Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück zu Donkey Kong 64. Im letzten Part haben wir mit Didi den fiesen Dogarum besiegt, den Boss der zweiten Welt. Und als wir den Schlüssel benutzt haben um das zweite Schloss zu entringen, haben sich gleich zwei neue Welten geöffnet. Die befinden sich beide bei der schwimmenden Festung von King Caroon, zwar einmal da ganz oben. Und hier unter Wasser, da geht es dann sogar schon zur vierten Welt, aber natürlich mache ich erstmal die dritte vor der vierten, ist eh klar. Und Tiny kann da bei dieser Insel da drüben noch was erledigen, also erstmal hinporten. Denn sie ist ja auch die einzige, die hier reinkommt. Passt mal auf, hier auf der Rückseite ist noch was und zwar eine goldene Banane. Oh, geil, oder? Her damit. Das war gerade eben Tiny's erste Banane auf der Oberwelt. Natürlich bekommen die anderen Kongs auch noch welche. Aber jetzt muss ich mich hier erstmal klitzeklein machen. Grundgütiger, vor kurzem gab es diese fürchterliche Erschütterung. Meine Bananenfeen sind vor lauter Panik davongeflogen. Eine stattliche Belohnung für denjenigen, der sie findet und zurückbringt. Bitte hilf mir, Kleine. Keine Aufregung, gute Fee. Meine Freundin und ich werden auf unserem Abenteuer Ausschau nach ihnen halten. Oh, wie lieb von euch. Aber die Fee lassen sich nicht einfach fangen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, sie in speziellen Fotos aus Bananenschalenpapier zu knipsen. Dazu brauchst du diese magische Kamera. Der Film ist bereits eingelegt. Um die Kamera zu gebrochen, drücke Z und dann den unteren C-Knopf. Mach ein Foto von einer Fee mit B. Ich bin zu froh, dass sie mir hilft. Dafür bringe ich euch einen geheimen Trick bei. Halte B gedrückt, um an Kraft zu gewinnen und lasse los, um den Move auszuführen. Es schützt euch und kann versteckte Gegenstände ans Licht bringen. Überlegt gut, wann ihr ihn einsetzt, da er eine Kristallkokosnuss kostet. Ja, richtig geil. Aber sie sind das hier, eine riesige Bananenfee. Und die anderen sind halt alle verschwunden. Es gibt im Spiel insgesamt 20 Bananenfee. Ich glaube, es war auch immer so immer zwei pro Welt. Und die müssen wir halt eben knipsen. Das heißt, mit Z und runter C. Haben wir jetzt eben hier so eine Kamera. Vor allem, ist klar, eine magische Kamera mit Bananenscheinpapier. Natürlich. Aber auch das wird wichtig sein für die 100%. Und ja, jetzt können wir auch eine richtig coole Technik. Die eignet sich halt wirklich perfekt um... Äh, ja. Um diese Tramblings zu besiegen, die die Blaupausen bewachen. Weil wenn die davon getroffen werden, die fallen sofort um und sind besiegt. So, Donkey. Mit dir gehe ich jetzt aber nochmal zurück zum Anfang. Denn wir haben ja schon ein paar Mal diese merkwürdigen Erdhofen gesehen. Und jetzt endlich sind wir in der Lage, die auch zu zerstören. Und da bekommen wir jedes Mal was richtig cooles. Werdet ihr gleich sehen. Also einer dieser Erdhofen war ja gleich hier hinten drin. In dieser Höhle. So, und jetzt einfach aufladen. Und Attacke! Hey, Donkey! Das ist eine Spezialmünze. Sie bringt jedem Kopf fünf normale Münzen ein. Ja, das ist was richtig Geiles. Spezialmünze. Ich hab dir eigentlich immer Regenbogenmünzen genannt, weil die ja bunt sind. Also da bekommt jeder Kong fünf Münzen auf sein Konto gutgeschrieben. Das ist richtig praktisch. Und die befinden sich immer in solchen Erdhofen. Und da oben war ja noch einer. Also das ist schon mal richtig praktisch. Und was auch Geiles ist, obwohl wir den letzten Kong noch nicht gerettet haben, wird der trotzdem dieses Geld schon besitzen, wenn er dann mal befreit ist. Das heißt, er hat das dann sofort zur Verfügung. Das ist richtig praktisch. Deswegen mach ich das auch jetzt schon. So, und hier ist der zweite Haufen. Und Power-Schlag! Ja, und davon gibt es eigentlich auch in den Welten dann natürlich immer mal wieder so einen Haufen. Zum Zerstören die meisten aber davon natürlich in der Oberwelt. Und ich weiß übrigens sogar noch, wo es einen dritten Haufen gibt. Und zwar auf dem Weg rauf zu Welt Nummer zwei. Da war auch noch einer. Und den werde ich auch noch kaputt machen. Und dann haben wir schon mal für jeden Kong 15 Münzen extra. Und das können wir eh gut brauchen. So, das war ja gleich hier oben dann. Wenn ich das jetzt gemacht habe, dann kann es endlich aufgehen in die dritte Welt. Die ist eigentlich auch ganz cool. Aber ziemlich verwirrend aufgebaut. Weil die ist schon um einiges größer als die zweite Welt. So, hier, da ist er auch schon. Haufen Nummer drei. Ich hätte da so ein Decay drauf. Und schlucks! Alter, Donkey Kong hat schon 37 Münzen. So viel braucht er, glaube ich, gar nicht mal mehr. Aber egal. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir in dem Spiel mehr Geld... Aua! Das war jetzt nicht notwendig, dass wir mehr Geld in dem Spiel finden, als was wir wirklich brauchen. Aber egal. So. Jetzt ist es halt so, dass Didi der Einzige ist, der da raufkommt, weil der hoch genug springen kann. Deswegen muss ich die Welt da oben mit ihm erst mal erreichen. Also, ne, wartet mal, wartet mal. Komm mal wieder zurück. Da wo Kieler haben sie gefangen gehalten wird, da gibt es ja noch was für Lanky. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Der kann da auch noch eine Banane bekommen. Und zwar wieder mal hier auf der Rückseite versteckt, haben wir einen Schalter und eine goldene Banane. Ich will das immer so genau, wenn es sagt. Oh, Banana. So. Lanky ist erste goldene Banane in der Oberwelt. Da kann ja, wie gesagt, auch jeder Kong 5 davon kriegen. Tiny eigentlich ja witzigerweise sogar auch noch eine sechste, aber die ist ganz spitze. Das ist diese 201. Banane. Aber das ist ein Sonderfall. Ist dabei noch wurscht. So, Didi, jetzt bist du wieder dran. Und zuzu. Jetzt hat man auch gerade gehört, dass sich das Gitter wieder schließt, dass die Banane auch ja kein anderer Kong bekommen kann. Aber wenn, dann könnte ein anderer Kong die auch gar nicht einsammeln. So, jetzt sind wir zum ersten Mal direkt auf der... Na, auftauchen bitte, Didi, nicht abtauchen, du Idiot. Auftauchen. Das war jetzt so nicht geplant. Ich wollte sagen, wir sind jetzt zum ersten Mal auf der schwimmenden Festung von King K. Rool. Und da befindet sich halt der Eingang zu Welt Nummer 3. So, hier, die Plattform ist nämlich raufgekommen. Aus dem Boden rausgekommen. Weil wir den Schlüssel benutzt haben. Und jetzt können wir hier mal hoch. Weil der Eingang ist nämlich ziemlich weit oben. Eigentlich ringt jetzt ja auch ständig. Hört überhaupt nicht auf. Du, du, du. So, was machst du hier? Verpiss dich. Und ich bin endlich da. Und jetzt kann man mal auch die Kong-Insel schön von der anderen Seite aus betrachten. Und hier ist noch der zweite Vierer-Porter. Das wird ein bisschen schneller raufkommen. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich endlich mal jeden Porter auf den Kong-Insel gefunden. Also auch immer das Gegenstück dazu. So, da wären wir jetzt in den Eingangsbereich der dritten Welt. Jetzt wechsle ich aber lieber wieder auf Donkey. Weil es ist meistens so, wenn man eine neue Welt betritt, sind fast immer gelbe Bananen die ersten, die man entdeckt. Und die sind natürlich für Donkeys. Und hier ist noch ein Hebel. Den kann er aber leider immer noch nicht benutzen. Weil den Move dazu lernt er ja auch erst in dieser Welt, die jetzt kommt. Und so, gibt es hier vielleicht noch einen Hinweis für uns? Donkey muss in das oberste Stockwerk klettern, um Leben in die Bude zu bringen. Na gut, das werden wir uns mal merken. So, und wir brauchen mindestens 15 goldene Bananen für Welt 3. Wow. Und ich habe 33. Oh ja, hier gibt es jetzt schon etwas andere Gegner. Quasi einen Robot-Singer. Der braucht auch gleich zwei Treffer, dass er abstürzt. Okay, na dann würde ich sagen, auf in Welt Nummer 3. Mach schön. Zeig mir den Bananen und der ist hinter uns. Da ist einer der Konks. Fangt ihn. Edgeman, Edgeman, fangt mich, wenn ihr könnt. Hey, der Busch ist flink. Was hat er auf seinem Rücken? Okay, ihr habt es nicht anders gebeugt. Fabrik fatal. Jo, da sind wir jetzt. Fabrik fatal ist der Name der dritten Welt. Hilfe! Junkie nicht nur in Mögenhöhe. Ja, und hier wird eben der letzte Kong gefangen gehalten. Das ist nämlich Junkie Kong. Der ist ja, soweit ich weiß, der große Bruder von Kiddy Kong, den es in Donkey Kong Country 3 gibt. So, und hier haben wir gleich mal Porto Nummer 1. Und Porto Nummer 2. Dann haben wir hier lila Bananen und ein verschlossenes Gittertor. Und schon wieder neue Gegner, nämlich Robo-Cramlings. Die kann man auch wieder nur mit den Orangen besiegen. Normale Angriffe bringen nichts. So, und hier haben wir auch Factory Map. Wir sind gerade in der Lobby. Hier haben wir noch einen Schalter und hier haben wir noch Porto Nummer 3. Und da ist gleich mal Snide. Lila Balloon für Tiny. Ich fand hier so eine Stempel-Uhr, ne? Also früher bei so alten Fabriken war das oft immer so, da müssen wir uns nicht mal erst mal anmelden. Da steht der Krenko. Okay. Da-da-da. Zack. Aha, jetzt haben wir da gerade eine Luke geöffnet. Sehr schön. Das Gittertor können wir erst ein bisschen später öffnen. Ja, und ich habe ja gesagt, gelbe Bananen sind meistens ganz am Anfang jeder Welt zu finden. So, verpiss dich. Nein, ich sage dir, verpiss dich. Ah, das gibt es ja wohl nicht. So, jetzt können wir hier nämlich runter. Was haben wir denn hier? Oh, na klar. Was ist das für eine riesige Maschine? Ganz schön heftig. Lauter blaue Bananen dann für ein Lanky später. Und ups. Vorsichtig, bitte lieber festhalten. Ah, hier sind dann noch lila Bananen für Tiny. Also da muss jeder Kong da mal so lang, so ein bisschen. So, und hier gleich mal Geld. Schon wieder. Jetzt haben wir schon 40 Münzen für Donkeys. Das ist heftig. Und hier haben wir jetzt, jetzt können wir das endlich einsammeln. Das sind Filme. Für die Bananenkamera. Ich glaube, jetzt müsste man das auch mal sehen können auf der Übersicht der Welten. Das ist... Ja, seht mal, genau. Jetzt kann man hier die Silhouetten von Bananenfeen erkennen. Es gibt halt, wie gesagt, immer zwei pro Welt. Nur auf der Oberwelt gibt es, glaube ich, noch mehr. Genau, auf den Decay-Inseln gibt es sogar vier Bananenfeen und zwei Kampfkronen. Und die zählen auf jeden Fall auch zu 100% dazu. Und je weiter wir vorankommen, die Spiele so in den späteren Welten, bewegen sich auch die Bananen viel deutlich schneller und sind dann auch schwieriger zu fotografieren. Alter, wie der stirbt. Oh, verdammt. Zack. Die droppen wir nächstens gleich mal zwei Melonen-Stücke. Die Musik ist irgendwie auch cool in der Welt. So, Production. Genau, jetzt sind wir in der Produktion. Ah, und hier haben wir gleich mal Didis Blaupausen-Tubi und einen Lanky-Schalter. Boah, ey! Arschloch. Ach, was soll denn das? Ich habe jetzt noch einen Tiny-Schalter, so hier könnt ihr doch richtig viel machen. Und hier haben wir gleich mal einen Vierer-Porter. Bananen für Didis später. So, und wo geht es hier wieder? Im Storage-Room, also der Lagerraum. Hier gibt es echt so viele Räume, diese großen Fabrik. Und da oben ist Chunky. Ja, da ist der Käfig. Ran gleich mal. Zack. So, ich glaube, Chunky wollte noch irgendwas sagen. Ich glaube, der wollte nur sagen, ja, jemand muss Chunky hier rausholen. Und hier gibt es wieder Bananen. Bananen. Das ist natürlich immer wichtig, wenn man die gleich alle erwischt, weil sonst muss man das extra nochmal machen. Und aha. Ne, Moment, ich will ja die Bananen haben. So, ich glaube, jetzt muss ich es nochmal machen. So, ein bisschen. Genau, und jetzt hier durch den Ring durf. Und hier ist wieder ein Decay-Stern. So, passt auf. Und zack. Okay, da ist gerade ein Hebel erschienen. Und hier haben wir den zweiten Eins-Supporter gleich mal. So, ihr werdet auch nie erraten, wer derjenige sein wird, der, ähm, Chunky befreien wird. So, was macht denn dieser Schalter hier? Zack. Oh. 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 Na, sehr gut. Der hat jetzt das Gittertor dort geöffnet. Lunky ist nämlich derjenige, der Chunky befreien wird. Der ist das einzige in Lager, darauf zu kommen. Und zwar meine ich hier drüben rauf. Ja, mit dem Orangu-Stand kommt er hier hoch und hier ist ein Lunky-Schalter. Und zack. Chunky jetzt frei. Danke, Freund Lunky. Chunky kann grüne Bananen sammeln. Ich warten in Tauschfass, bis du Hilfe brauchen. Endlich sind die Kongs wieder vereint. Und da sind auch gleich die grünen Sachen. Chunky sammelt in grünen Münzen grüne Bananen ein. Grüne Bananen würde ich sagen, die sind einfach noch nicht reif. So, und die erste goldene Banane gleich mal für Lunky. Super. Gut. Das heißt, sobald ich dann hier mit der dritten Welt fertig bin, gibt es dann erstmal Backtracking zurück in Welt 1 und 2. Weil da ja noch einiges für die anderen Kongs dann zu tun ist. So, hier haben wir noch einen Geflanky. Der hat zwar jetzt auch schon durch diese Spezialmünzen schön Knete dazubekommen. Aber das brauchen wir sowieso, weil hier oben haben wir nämlich sowohl Tranky als auch Candy. Die sind gleich mal beide nebeneinander. Nur Funky ist ein bisschen woanders. So, und dann fliegt hier noch so ein komischer Ballon rum. Ein gelber Ballon. Okay, dann wechseln wir gleich mal auf Donkey. Dann bekommt er gleich mal 10 Bananas. Ach, der hatte ja eh schon 45 Jahre, aber ich meinte 10 noch dazu. So, ich glaube, Candy selber kann anderen Kongs noch nichts geben. Also extra. Oder? Ich gucke mal ganz kurz, ob sie was zu sagen hat. Oh, Donkey, mehr kann ich dir im Moment nicht geben. Schau doch später noch einmal bei mir vorbei. Ach, das ist aber schade. Also irgendwelche Upgrades hat sie dabei noch nicht für uns. Das heißt, sie ist echt nur da, damit Chunky dann sein muss ich jetzt noch mitbekommen. Aber Cranky hat noch einen letzten Trank für Donkey im Angebot. Der kostet halt schon 7 Münzen. Wie an 40? Ist das geil. So, dann her damit. Gorillagriff. Gorillus Hebulus. Das muss ich jetzt mal so stinken. Ich möchte nicht wissen, was da drin ist. Mal sehen, ob du wirklich so stark bist, wie man sagt. Suche einen Hebel, stell dich davor und drücke B und versuche ihn umzulegen. Ich wette, du packst es nicht. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Also Cranky ist auch so ein richtiger Pessimist. Der traut uns überhaupt nichts zu. Nicht mal, dass wir einen Hebel umlegen können. Also, naja. So ist er nun mal. Okay, gleich als nächstes da mal Digi. Der kann hier auch noch was lernen. Eigentlich ja jetzt jeder Kong. Primatensprung. Hüpfus Optimus. Selbst ich kann höher als du springen, Digi. Ich muss dir wohl noch etwas unter die Arme greifen. Finde die Platte mit deinem Gesicht drauf. Drücke Z und ab geht's nach oben. So, und jetzt hau ab hier. Ja, und schon kann Digi seine Platten verwenden. So, als nächstes ist es Lanky dran. So, der bekommt aber natürlich erstmal seinen zweiten Trink für fünf Minzen. Er damit... Ja, der vor allem trinkt mit den Füßen. Kong-Ballonk. Ballonus Kongus. Dem scheint es ja zu schmecken. Zeit zum Abheben, Lanky. Suche eine Platte mit deinem Gesicht, dann kannst du in die Luft aufsteigen. Dort drückst du Z, um dich aufzupumpen und Z, um Luft abzulassen. Keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Ja, das werden wir schon noch früh genug herausfinden. So, Tiny. Du bist das Nächste dran. Du lernst hier auch einen sehr wichtigen Move. In dem Fall ist wir gerade mal fünf Münzen. Wirbelwind. Propellus Lufticus. Es wird Zeit, dass du mit deinen albernen Haaren etwas Sinnvolles anstellst, Tiny. Damit kannst du dein klägliches Sprungtalent aufmöbeln. Drücke A, um zu springen und halte A gedrückt, wenn du in der Luft bist. Auf, du kleiner Wirbelwind. Ja, das ist eine sehr praktische Technik. Jetzt kannst du nämlich das hier. Juhu. Das macht richtig Spaß. Vor allem diese Technik, die muss Tiny unbedingt beherrschen, um den Boss dieser Welt herausfinden zu können. Gut, jetzt habe ich es aber schon verraten, dass sie diejenige sein wird, die den Boss dieser Welt besiegen wird. Aber sie muss unbedingt diesen Move können, weil sonst kann sie ihn, glaube ich, gar nicht herausfordern. So, und jetzt kommt endlich unser riesen Baby Chunky mal dran. Äh, ja, ja, doch, du. Tiny, äh, nee, du bist dran. Ja, hallo, Chunky, auch du kannst dir fünf goldene Bananen finden, Quark. Ja, also Chunky, der ist halt so ein richtiges Riesenbaby. Noch so ein bisschen kindlich und naiv und, äh, nicht gerade der hellste in der Birne, aber dafür hat er halt ordentlich Muckis. Aber er ist auch so ein bisschen so ein Feigling. So, jetzt gehen wir aber erstmal zu Cranky. Und sein erster Trank für nur drei Münzen. Und ihr seht, jetzt hat er schon dank dieser drei Spezialmünzen, die ich gesammelt habe, schon 15 grüne Münzen. Richtig praktisch. Jetzt kannst du die Spezialfesse mit deinem Gesicht drauf nutzen. Springe hinein und sei nicht überrascht, wenn du die Größe wechselst. Achte dabei aber auf deine Vorrat an Kristallkokosnüssen. Dein Glückstag, Chunky. Keine Ahnung, wie dir das gelungen ist, aber es reicht für den nächsten Trank. Ja, da können wir gleich noch den zweiten Trank dazukaufen für fünf Münzen. Den brauchen wir nämlich genauso. Primatenpunch, kaputtes Duplexes. Du Kleinhirn lässt doch gern die Fäuste sprechen. Das hier dürfte also perfekt zu dir passen. Halte Z und drücke B, um zu vermöbeln, was dir in die Quere kommt. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Ja, auch richtig praktisch, dass Chunky hier gleich zwei neue Moves lernt. Erstens kann er sich halt jetzt in seinen Fest so einen riesengroß machen. Und er kann diesen hier. Richtigem Powerpunch. Was ich auch so geil finde, bei jedem Kong sieht ja dieser Spezialangriff mit diesem Powerschlag etwas anders aus. Und bei Chunky ist das schon ein bisschen sehr unverschämt und witzig. Passt auf. Er lässt voll den Miger-Rulpser los. Oh Mann, Chunky. So, aber er bekommt natürlich auch noch das männlichste Musikinstrument von allen. Für nur drei Münzen bringe ich dir die Tonleiter bei. Na dann, her damit. Terror-Triangel. Komm näher, Chunky. Ja, Chunky, möchtest du mal gerne anfassen. Also bitte, Chunky. Also jetzt echt mal nö. Also das geht ja mal wirklich. Du kannst ja nicht einfach hier Candys Augen anfassen und Haare und so weiter. Das geht doch nicht. Ja, also es ist so genial. Der stärkste und kräftigste Kong von allen. Was bekommt er als Musiker somit? Eine Triangel. Natürlich. Aber ist halt eben so. Gut, jetzt kann ich aber eigentlich den Part auch schon mal wieder beenden. Die Zeit ist leider rum. Was ich mir vorgenommen habe. Ich kann hier noch ganz kurz noch mehr Geld für ihn sammeln und grüne Bananen. Okay. Ja, dann werde ich aber gleich mal im nächsten Part mit Chunky auf Tour gehen, weil da drinnen kann er gleich mal eine goldene Banane bekommen. Ach ja, Moment mal. Hier vorne haben wir ja auch noch die Blauparse für Tiny. Die hole ich mir noch ganz schnell. Moment, die hole ich mir noch schnell. Aber dann ist Schluss. Ich meine, wenn der Typ schon hier rumsteht. Puh, wüsste ich erstmal. Ich weiß von der Stirn-Chunky ist immer froh, wenn er nicht genommen wird. Er hat halt wirklich ein bisschen Schiss. Aber er hat da eh so viele Muskeln. Ihr braucht eigentlich vor gar nichts Angst haben. So, jetzt Achtung. Wirbeltwister. Und schon hat sie umgehauen. Und hier haben wir noch mehr Geld für Tiny, was sie eigentlich gar nicht mehr braucht. Also da haben es die Entwickler fast ein bisschen übertrieben mit dem ganzen Geld. Aber sie haben es halt gut gemeint. Sie haben gesehen, das ist die beste Technik, um diese Typen platt zu machen. Ein Treffer kostet immer eine Kristallkugel. Ist uns aber wurscht. Dafür sind sie sofort besiegt und lassen die Blaupause fallen. So, jetzt aber nochmal zurück zu Junkie, unserem Riesenbaby. Doch, 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 doch. Wenn du so sagst, äh, 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 äh. Oh, doch, Junkie. Du wirst dem nächsten Part hier mal die Fabrik ordentlich aufmischen. Also, endlich ist die Affenbande wieder komplett. Und bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong 64, Leute. Tschüssi. Ja, du sagst es, Junkie. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Vielen Dank.